Willkommen zur nächsten Runde in den Battlefield Nights mit Felix und Leo. Hi! Jaros. Du bist im Gegnerteam, das ist scheiße. Auf jeden Fall... Dann komm zu mir rüber. Ja gleich, ich bin gerade erstmal Heli und so. Uppala. Nein! Scheiße. Die Eisenwolle hat mich gekillt. So erzähl mal, Battlefield Nights. Ja, also das ganze Wochenende lang wird jetzt hier Battlefield gesuchtet und wer am Ende des ganzen Wochenendes mehr die meisten Rims im Einnehmen von Flaggen hat, der gewinnt. Und jeden Tag kommen dann auch für... Also heute ist solch der Tag des Midis, morgen ist dann Tag des Pioniers und dann darauf den Tag... Tag des... äh, Versorgers. Bin bei dir. Und... Äh, hinter uns. Leute, da steht ja ein Typ. Hab ihn. Äh, ich geh mal raus, ne? Ich kenn ihn nicht. Reparier, reparier, reparier. Ich kann nicht. Okay, wir sind tot. Oder? Komm mal, dann macht er jetzt schon Reparier Tools. Tools. Da waren gerade ein paar Leute. Ich hab voll die... Voll die... Rookler. Hier. Rookler? Ja. Nein, da ist er! Oh, ne, ne. Ich glaube, ich spür trotze. Aber es kommt ja nicht auf die KD an, ne? Es kommt auf die Technik drauf an. Technik? Das war echt voll komisch, warum ich so niedrige Frames habe. Wow, hier geht's ja runter. Ich hab geschmeidige 115 Frames, also ich weiß nicht, was bei dir läuft. Ja, bei mir geht's jetzt auch wieder. Zwei... Jetzt... Jetzt läuft's. Ich bin ja eben auch immer nur gejoint und gestorben, also... Es hatte gar keine Zeit, richtig zu laufen. Aber ich hoffe, jetzt läuft's sowohl inhaltlich als auch bildlich und so. Visuell, wie man so schön sagt in der heutigen Zeit. Der Abiturierend nennt das Antizipation oder so, war das, ne? Ja, ja. Das Spiel Antizipieren. Wollen wir das in Englisch hatten wir das, ne? Ja, es kann sein, auf jeden Fall der beste Spruch war. Es finde ich immer noch so. Er kriegt die gelbe Karte. Und womit? Mit rechts. Oh, oh, ich werd beschossen. Von hinten und so. Mit rechts. Ja, das ist dann aber von unserem Ossi-Lehrer. Den ich übrigens aus Versehen in einem LP neulich erwähnt habe. Ja, am besten sagst du... Mit Namen? Ja. Äh, Leo. Die Folge dürfte noch gar nicht draußen sein. Ja, und? Ähm... Egal. Als ob dann wer drauf achtet, wie du schon gesagt hast. Außerdem hab ich das so schnell gesagt und genuschelt, das hört man eh nicht. Außerdem, so einen Polennamen versteht eh keiner. Ja. Als ob jetzt der Name so polnisch wär. Alter, die Brüste! Das war die perfekte Vertuschung, weißt du? Wir sind meiner Ski richtig, oder? Was? Das ist schon der, mit dem wir auf Ski fahren. Ja, genau. Richtig. Gut. Den gibt's sogar auf Youtube, wie er sich spielt. Oh ja, der Herr Kozlowski wieder. Kozlowski! Kozlowski! Lass mal zu B weiter vor. Bin dabei. Da oben ist einer. Da oben sind ganz viele. Äh, ja. Und... und ein BTR. Ja, genau deswegen. Hier, der killt mich. Let the sun go. Oh, ich hab einen mit dem Schneemobil gekillt. Soll dabei, meiner. Ich bin ausgestiegen. Voll geil. Ich bin ausgestiegen und auf einmal wurde er geroad killed. Geil. Das macht mich ja an. Irgendwie da lebend? Nö. Da ist einer lebend. Immer noch einen mitgegeben. Hoffentlich guckt er jetzt nicht hinterher, sondern hat Schiss und guckt nicht mehr deswegen. Oh. Die können mich gesehen haben. Scheiße, die sind nicht überall. Und seh mich nicht. Hehehe. Lord Blutzorn. Ah! Äh, ich hab grad so ein eckiges Orange und Grasch gehört. Zu zweit! Und nur einen Wecker. Was? Was, Schwuchtel? Didi, Didi, Didi. Haha, er fängt schon wieder an, ey. Was denn? Origin will ein Gigabyte Battlefield update. Warum sagt mir das keiner? Ja. Ein Gig? Ja! Das war... Bei mir war das für ein weniger. Echt? Sponze. Ja. Daniel, warum bist du mir nicht gespawnt? Äh, ja, falsch. Jetzt sitzt nur ein halber. Ja. Potze. Hey, ich bin hier nicht bei dir. Weißt du, Leo, heute schon den ganzen Tag, wir hatten heute schon ne Aufnahme. Und er die ganze Zeit so schwuchtel und alles. Was habt ihr denn auf... Achso, ihr habt Dings aufgenommen. Äh, Minecraft, ne? Ja. Ja. Kraft der Miene. Jojo. Oh, Leo, alter, beste Stunde wieder Englisch, ne? Ja, dann könnt ihr jetzt auch mal gehen. Ja. Vor allen Dingen, ne? Ich sitze an dem Tisch an der Dings. Äh, kommt der, äh, Ludi. Von hier. Und weil ich gefragt hab, so, und wir bleiben natürlich jetzt hier wieder eine Stunde lang sitzen, ne? Hab ich das irgendwie gesagt. Und er so. Ja, ihr wisst natürlich, ich kann euch jetzt nicht gehen lassen. Frau... Ja. Also, ja, lassen wir trotzdem mal. Ja. Ja, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Macht mal Hausaufgabe. Äh, ich würde euch bitten, den Namen nicht mehr zu sagen. Ich werde ihn jetzt nochmal piepen, weil es ziemlich am Anfang der Folge ist, da werde ich dran denken, okay? Ihr habt ihr nämlich beide gesagt. Haben wir den... Haben wir gesagt den Namen? Beide. Von der weiblichen Lehrerin. Ich bin gerade. Ach, Frau Koslowski. Ja, gut. Die erzählt auch immer einen von... Aber ich hab ihren Namen eh schon mal gesagt und das ist bestimmt nicht gepiept. Hä, du hast ihn noch nicht gesagt? Doch. Ohne Spaß nicht. Äh, zwei WTRs und so. Ey, Daniel, überleb' mich mal wieder! Wo? Nein, ich werd' beschossen! Wo bist'n du? Ich leg' doch da! Ich seh' dich nicht! Der grün markiert, aber ich sehe! Ach da! Ja, geht nicht mehr. Potzer. Ja, sorry, hier sind zwei WTRs. Join nach, dann müssen wir wieder hier... Äh, ja, ich steh' neben dem und so, ne? Einer ist ausgestiegen. Ja, seh' ich. Aber leider müssen... Nein! Ich hab' ihn! Ich mess' erst mal das... Das Fenster! Danke! Ich hol' dich! Warte, warte! Jetzt! Ich habe! Ich habe! Bleibt ihr noch wieder! Ich kann nicht! Ich hab'... So, jetzt. Nochmal. Jawoll. Aber ich bin tot. Es hat über lange gedauert. Ich muss dreimal. Oh. 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 Ich muss ja jetzt hier einen halben Gig warten, weil... Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Es ist mir noch ein bisschen komplex, diese vielen Schnee-Sachen hier. Du stehst eher so auf Sommer, ne? Ohohoho! Ja, sicher. Oh, Mann! Tod! Ihr scheiß Vogel da, ey. Du musst einmal rumlaufen. Warte, ich hol dich, ich hol dich. Ist doch kein Problem, da stehen zwei Gegner, aber egal. Ich hol dich. Aufopferungsvoll, ich bin tot. Ja, ich auch! Nur wegen dir. Seid mal ein bisschen leise, Kiff. Ohohoho! Nicht schlecht! Du musst dir gerade wieder daran denken, so mit gebraut. Im Unterricht hat sich wieder was zusammengebraut bei euch, wa? Heut ja nicht! Jetzt hat's dann auch welche! So, warte, äh, war das, heute war, äh, Dingens, Conquest Ribbons, oder was? Mike war dran. Hm? Achso, oh. Nein, heute ist Conquest, das ganze Wochenende ist Conquest. Oh. Watt, Junge! Oh, kommt er mit seiner Unica daher. Daher. Geh jetzt mal zu Bendring. Wenn ich dein Name sage, muss ich immer lachen. Egal, ob in der Ausnahme oder einfach so. Sag mal, er soll auch in TS kommen, auch wenn er nicht mitspielt. Hendrik ist einfach auch... Äh, da ist er. Wer, Henning? Nee, er kommt rein. Hendrik, der ist auch so lustig. Wie, tut er ame? Ja. Ja. Er ist einfach so, so durch, durch keine Ahnung, was ist er einfach lustig. Einfach so überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich hab jetzt... Ey, geil, der Typ, was ist los? Oh, gekillt. Was ist los? Er antwortet drücke einmal. Ich hab so Bendring Humble geschrieben, er so, yo. Und er antwortet gleich. Bin ich wieder da? Oh, ich bin nicht da, bei dir. Oh. Dann spielen sie heute alle Medi. Ja. Nein, bin ich wieder tot. Ich hab im Sniper geschlusst gehört, aber ich glaub, das war's nicht gut. Alter, er ist ja richtig sprichig hier, heute. Weißt du, sonst, wenn ich auf dem Server bin, wir wollen wir schlaufen gehen? Gestern... Hör mal hin, Riegel, wollen wir schlaufen? Ja, gestern gar nicht. Weißt du, wenn ich dann so, schlaufen, Folgezeichen, also, okay. Weißt du, du schreibst drei Sätze, er schreibt, er antwortet einfach mit einem Buchstaben. Echt, geil. Mach ich auch immer. Nicht roadkilln. Haha. Was, nicht twerken? Roadkilln, ja. Du darfst auch nicht twerken, vor allem nicht im Unterricht. Ich hab noch nie getrackt im Unterricht. Felix. Verzeihd. Ja. Wegen BlackBic. Was war ich heute im Geschichtsunterricht? BlackBic. Bin ich. Mach ich mit dem zu ihm, ne? Ich hab ihn da nochmal so gefragt, wie sieht's denn aus mit dem Mündlichen? Hab mir nochmal einen Punkt extra geholt, jetzt. Helf auch rum. Nee, weil ich meinte, ich will 13 bis 14, mündlich. Dude, nah. Nee, ich seh das mehr auf 12 jetzt. 13 bis 14 Punkte mündlich? Bist du dumm, oder so? Alter, ich hab neun, acht bis neun. Oder weißt du, er doch so, wegen den 14 Punkten muss man am Ende des Halbjahres bei mir nochmal vorbeikommen. Ich will jetzt so, okay. Okay, je öfter du bei ihm vorbeikommst, desto mehr gibt's, oder was? Am Ende sind 16 Punkte. Da hast du dann aber echt keine Mühe mehr, Mann. Der war gut, wa? Aber echt so, ja. Hab ihn nicht verstanden, tut mir leid. Ich auch nicht, aber ich hab nur so mitgetan. Klar habt ihr den verstanden. Obwohl, ich glaub, ich hab ihn nicht getrackt. Oh ne, doch nicht. Hendrik, warme es richtig. Als ob man das nicht schon gehört hatte. Du bist so'n Vogel, Alter, ganz ehrlich. Warte, warte. Als ob man das nicht schon gehört hätte, weil er hat außerdem mit seinem Twitter-Account, wo er auch so heißt, an mich getwittert. Ja, ich weiß. Und ich hab ihn gefragt, ob ich ihn, also wenn ich ihn retweete zum Beispiel, ob das für ihn schlimm ist, wenn man sein Nachname weiß und so, aber nein. Und wenn er nein sagt, dann dürfen wir das also auch sagen. Hendrik Bammel. Jetzt, ob man's sagen kann. Daniel Koslowski. Leo Henning Hartmut. So LHH. Ey, ein Glück hatten wir heute die Fotze wieder nicht. Ist die Politik, wa? Ja, auch. Wie er so eiskalt sagt, ey. Felix, ich bin hinter dir. Hier. Hier. Warte, da. Da ist doch einer. Wo? Oh. Wer ist tot? Na, sehr gut. Machen wir nicht so'n Stress hier. Hebt man da keine Welle, du alte Gazelle. Oh. Da unten laufen sie alle. Mit deinen Schamlippenbrelle hau' ich deine Mutter in die Zelle. Hohoho. In Famous Phoenix. Ach ey, den Mixer wollte ich strong. Strong. Du Hurenkind, deine Mutter hat nen Judending. Diese Lache noch hinterher, ey. Was denn? Ich krieg schon wieder richtig nen Bammel, ey. Null, Gegner. Null, Gegner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017